Willkommen zurück zu einer neuen Wetter-News mit Sven-Folge. Dankeschön fürs, wenn Leute einschalten. Und wir haben heute wieder einige Themen, die ich berichten kann. Bedeutet, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um kein Thema, um keine News zu verpassen. Wenn in Zukunft keine neuen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und drittet die Glocke an. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt einfach mal los. Und wir starten einfach mal mit diesem Thema. Und zwar haben wir jetzt genau heute vor fünf Jahren, also wo ich das Video aufnehme, also am 25. Juli 2019, den offiziellen Hitzerekord in Deutschland gebrochen. Und zwar gleich in zwei Orten in NRW. Und zwar einmal in Duisburg und dann einmal in Tönnesforst. Da hatten wir an beiden Orten 41,2 Grad. Und das ist damit die höchste Temperatur, die höchste gemessene Temperatur in Deutschland, seit es diese Messungen gibt. Also das ist jetzt genau fünf Jahre her. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir so einen Tag mal wieder erleben. Ich meine, mich zu erinnern, dass wir letztes Jahr auch mal über 40 Grad hatten hier. Aber ich denke mal 41,2 Grad lassen noch ein bisschen auf sich warten. Vor allem dieses Jahr auch. Und da können wir jetzt nochmal kurz in die Karte hier reinschauen, denn da sehen wir das auch nochmal recht gut. Hier in diesen manchen Orten. Und zwar haben wir hier einmal 41 Grad gehabt. Dann hatten wir hier einmal 41 Grad, hier einmal 41 Grad. Generell an vielen Orten 41 Grad. Vor allem größtenteils in NRW. War aber generell ein sehr heißer Tag damals. Also wir hatten in großen Teilen von Deutschland tatsächlich über 30 Grad hier. Und in manchen Orten auch ein bisschen weniger als 30 Grad. Das vor allem dann eher so in der Küstennähe. Aber da ist man es ja gewohnt, dass da es auch nicht generell übermäßig warm ist, muss man so sagen. Ansonsten hatten wir in großen Teilen von Deutschland wirklich sehr heiße Temperaturen. Hier hatten wir zum Beispiel auch 34 Grad im Osten und auch teilweise mal hier bis zu 36 Grad. Und eben dann hier im Westen diese 40 bis 41 Grad oder teilweise sogar über 41 Grad. Was natürlich sehr heiß ist. Aber jetzt kommen wir mal zu den aktuelleren Themen. Und zwar haben wir aktuell auch extreme Hitze in Spanien. Das sieht man auch nochmal recht gut hier. Hier hatten wir teilweise mal bis zu 45 Grad. Also 44,8 Grad wurden hier teilweise mal gemessen. Was natürlich sehr, sehr, sehr viel ist. Ich spreche jetzt einfach mal den Ort nicht aus, weil ich nicht weiß, wie man den Ort ausspricht. Deshalb lasst es lieber. Aber da haben wir tatsächlich extreme Hitze. Und mal gucken, ob wir bei uns sowas auch mal hier zu sehen bekommen. Ich hoffe nicht. Aber ansonsten natürlich hier in Spanien extreme Hitze. Und da gucken wir jetzt nochmal ein bisschen genauer rein. Und zwar hier sind wir auch schon in Spanien. So gehen wir einfach mal ganz kurz hin. Und da sehen wir tatsächlich auch ganz gut, wie hier diese Hitze dann nach oben geht. Und da haben wir in manchen Orten teilweise auch, wie gesagt, bis zu 40 Grad, sogar über 40 Grad dann hier in manchen Orten schon wieder. Also auch hier tatsächlich sehr, sehr, sehr starke oder warme Temperaturen. Wir können nochmal ganz kurz beim Morgen reingucken. Denn auch morgen wird das Ganze nochmal sehr weit hoch gehen hier. Dann können wir nochmal am Samstag reingucken. Denn auch hier geht das Ganze natürlich nochmal ordentlich hoch. Aber die Temperaturen werden jetzt wahrscheinlich langsam, aber sicher ein bisschen kühler werden. Also, was heißt kühler, nicht mehr ganz so heiß, wie jetzt vor ein paar Tagen noch. Also jetzt auf 40 oder 45 Grad hoch. Das wahrscheinlich nicht. Aber es wird trotzdem natürlich noch heiß weitergehen. Also wir haben teilweise noch immer noch bis zu 40 Grad hier. Teilweise in Cordoba. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber trotzdem natürlich weiterhin sehr heiße Temperaturen. Aber natürlich kein Vergleich mehr zu diesen 45 Grad, die wir hier teilweise auch mal kurzzeitig hatten. Jetzt kommen wir zum Taifun. Jetzt kommen wir nochmal zum Super Taifun Gaemi. Der hat getroffen auf Taiwan vor ein, zwei Tagen. Beziehungsweise gestern erst, wo ich das Video aufnehme. Und da hatten wir tatsächlich sehr starke Windböden. Also hier hatten wir teilweise mal bis zu 170 werden jetzt hier am Rand angezeigt. Oder teilweise sogar mal 190 kmh. Was natürlich sehr, 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 sehr viel ist. Aktuell ist der Sturm aber nicht mehr ganz so extrem. Also wir können mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. So sieht der Sturm jetzt aktuell aus ungefähr. Also jetzt gerade hier so. Und da haben wir trotzdem natürlich noch starke Windböden und immer noch Auswirkungen auf Taiwan. Denn ihr müsst euch auch vorstellen, ein Hurricane ist ja nicht nur Wind, sondern auch sehr viel Regen. Und natürlich auch die Wassermengen, die damit an Land gespült werden. Also diese Sturmfluten. In dem Punkt kann man wirklich extreme Sturmfluten auch schon fast sagen. Also wir hatten gerade auf ganz Taiwan sehr, sehr, sehr heftige Überflutungen, sehr heftige Überschwemmungen. Sehr heftiges Hochwasser an vielen Orten. Und natürlich auch dementsprechend einige Beschädigungen, einige Zerstörungen. Was natürlich nicht schön ist. Aber ich meine, wir haben hier gefühlt jedes Jahr immer mal einen super Taifun, der hier auf diesen Ort trifft. Oder generell auf diese Bereiche der Erde hier trifft. Wie gesagt, wir hatten teilweise auch sehr, sehr, sehr starke Winde hier. Vor allem am stärksten getroffen hat es diese Bereiche hier vorne. Also in diesen ganzen Streifen hier einmal. Da hatten wir die stärksten Auswirkungen, was den Wind angeht. Was ja auch logisch ist, weil wir ja hier auch diese Berge eben hatten. Also gerade wer hier in bergigen Gebieten gewohnt hat auf Taiwan, der hat wahrscheinlich auch die stärksten Windböen abbekommen. Wie gesagt, hier haben wir teilweise auch mal bis zu 170 kmh am Land. Wohl bemerkt, was natürlich auch sehr, sehr, sehr viel ist. Wir hatten aber trotzdem auch hier mal berechnet 110 kmh auf Hualien City. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was die höchste Windböe war, die wir hier teilweise mal hatten. Weil das eben Berechnungen sind hier und nicht die Messwerte, die wir da vor Ort hatten. Man kann sich aber schon denken, dass da auf jeden Fall auch sehr starke Windböen dabei waren. Und wenn man mal bedenkt, was da ja auch für Infos rausgekommen sind die letzten Tage. Dann war das schon ein sehr, sehr, sehr heftiger Typhoon. Wir können uns das Ganze auch nochmal hier auf den Satelliten angucken. Und da sieht man das schon recht gut. Ich meine, guckt euch das an, wie der Typhoon hier zu dem Zeitpunkt aussah. Das ist schon echt heftig gewesen. Ich lasse es einmal kurz zu Ende laden hier. Da sieht man auch recht gut, wie sich dieser Typhoon entwickelt hat. Man hat auch teilweise recht gut das Auge hier gesehen einmal. Mittlerweile sieht man aber trotzdem natürlich noch hier diese Bewegungen, diese Rundenbewegungen. Und mittlerweile ist der Typhoon ja ungefähr in diesem Bereich hier. Trifft aber noch nicht ganz auf den, auf das Land hier. Aber das wird wahrscheinlich noch passieren. Ich denke mal aber gerade nach Taiwan, weil die haben ja das Stärkste abgefangen hier auch vom Typhoon. Muss man natürlich auch sagen, ich denke mal, dass diese Orte dann hier wahrscheinlich nicht mehr allzu starke Auswirkungen haben werden. Aber natürlich trotzdem, der Typhoon ist immer noch ziemlich kräftig und kann natürlich und wird wahrscheinlich auch weiterhin hier noch einiges an Wind bringen können und natürlich auch Regen. Aber ich meine auch, man erkennt hier recht gut an diesen Satellitenbildern, dass definitiv Taiwan das Stärkste von diesem Typhoon abbekommen hat. Hoffen wir mal, dass es der letzte Typhoon für diese Bereiche hier war und da nicht nochmal einer nachkommt. Soviel einmal ganz kurz dazu. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Thema für heute und zwar haben wir Waldbrände in Los Angeles. Und ich meine, man sieht ja auch recht gut, wie sich das hier alles entwickelt, wie wir hier immer mal diese kleinen Wolken haben. Das sind Rauchwolken, die bis in den Himmel ragen. Man sieht generell aber trotzdem nochmal diese kleinen Wölkchen hier. Das ist alles der Rauch von den Gebieten, von dem Feuer, was hier aktuell wütet. Also gerade in Los Angeles oder in den Gebieten von Los Angeles haben wir gerade Waldbrände, die da ordentlich auch am passieren sind. Und da gucken wir jetzt auch nochmal ein bisschen genauer rein. Denn auch hier haben wir extreme Waldbrandgefahr in diesen ganzen Bereichen hier. Wir können auch nochmal zu den nächsten Tagen gehen, denn das Ganze wird ja auch nicht wirklich runtergehen, sondern ja nochmal ganz weiter ausgeweitet werden. Also man kann ja auch weiterhin in diesem Bereich von den USA damit rechnen, dass wir hier noch sehr starke Waldbrände weiterhin sehen werden. Und natürlich auch immer noch die extreme Waldbrandgefahr haben. Das gilt bei Weitem nicht nur für Los Angeles hier unten, sondern auch für andere große Teile von den USA. Vor allem dann hier an der Westküste von den USA. Auf jeden Fall weiter natürlich hier viel Glück und ich hoffe, dass das Ganze auch relativ schnell hier wieder runter geht. Aber aktuell sieht es erstmal nicht danach aus. Und das sieht man auch recht gut an dem neuesten Outlook hier von den Temperaturen vom Klimacenter in den USA. Sagen wir es mal so. Und da haben wir die heißesten Temperaturen für die nächsten sechs bis zehn Tage nicht mehr hier in diesem Bereich in der Westküste, sondern mehr so in der Mitte von den USA. Also in diesem Streifen hier ungefähr. Ja, da haben wir auf jeden Fall auch starke Hitzebelastung erwartet hier in diesen Bereichen. Da wird natürlich auch in den Bereichen die Waldbrandgefahr ordentlich hochgehen. So, das waren auch soweit alle Wetternews für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar News mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Wenn in Zukunft keine neuen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und drück die Glocke an. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt ein Geschmack, Schau da rein und ciao.